Das hier sind die brandneuen Ray-Ban Stories. Eine 300 Dollar teure Sonnenbrille, die Ray-Ban zusammen mit Facebook entwickelt hat. Und das Besondere an dieser Brille ist, dass man damit 30-sekündige Videoclips aufnehmen kann. Und genau in diesem Moment nehme ich euch auf. Hättet ihr das bemerkt? Wahrscheinlich nicht. In diesem Video zeige ich euch das Unboxing, meine ersten Impressionen und ich zeige euch die Videoqualität dieser Brille. Also bleibt dran, schaut das ganze Video, denn genau damit geht es jetzt los. Bevor es mit dem Video losgeht, möchte ich mich ganz herzlich bei Big Apple Buddy bedanken. Big Apple Buddy ist ein Service, der es euch ermöglicht, Produkte aus den Vereinigten Staaten zu kaufen, die es hier in Deutschland vielleicht nicht gibt. Und genau das war hier der Fall mit den Ray-Ban Stories. Die gibt es nämlich nicht in Deutschland und die wurden mir hier von Big Apple Buddy netterweise umsonst zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und damit sind wir beim Unboxing. Willkommen zurück hier bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang und wenn ihr euch für die virtuelle Realität oder Augmented Reality interessiert, dann abonniert diesen Kanal hier. So, Ray-Ban und Facebook. Das haben sie gemeinsam gemacht. 300 Dollar kostet das Ganze und ist hier bei uns in Deutschland nicht erhältlich, aber eben über solche Services wie Big Apple Buddy kann man das Ganze dann doch kaufen. So, und wir kommen zum Unboxing. Das Ganze sieht alles sehr edel aus. Und machen wir das Ganze mal auf. Das seht ihr, wenn ihr es aufmacht und zwar eine schöne Hülle für die Brille, aber lasst uns mal schauen, was hier sonst noch so drin ist. Erstmal hier eine Kurzanleitung, Reference Guide und ja, da wird euch die Brille mal vorgestellt, denn da ist ganz schön was dran. Das kann ich euch jetzt mal schon sagen. Dann gibt es hier diesen Aufbewahrungsbeutel, auch sehr schön, auch mit dem Ray-Ban-Logo alles dran. Und dann gibt es noch ein Kabel und zwar USB-C nach USB-C und das Ganze ist dazu da, die Brille aufzuladen bzw. die Hülle, denn die Hülle ist auch gleichzeitig eine Batterie oder Powerbank, um die Brille aufzuladen. Das haben sie sehr schön gelöst und das zeige ich euch natürlich auch gleich. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Brille an. Hier ist sie, das ist sie, Ray-Ban Stories und sieht wirklich gut aus, sieht halt aus wie eine Ray-Ban Wayfarer. Der größte Unterschied natürlich rechts und links im Rahmen die Kameras, aber die wird man auch nicht sofort als Kameras erkennen. So, hier, das ist wichtig, das sind die Kontakte, an denen sich dann die Brille auflädt, wenn man sie in die Hülle reinlegt. Und hier hinten ist der USB-C Anschluss und da könnt ihr dann diese Hülle aufladen. Schön gemacht. Dann kommen wir jetzt zur Brille. Und ich kann euch sagen, es fühlt sich wirklich sehr leicht an. Also ganz genau so wie eine normale Ray-Ban. Die ist nicht viel schwerer. Das ist wirklich erstaunlich, wenn man die zum ersten Mal in den Händen hält. Und ja, man erkennt von außen nicht, dass da so viel Technologie drin steckt. Ganz normal hier das Ray-Ban-Logo. Man sieht auch überhaupt kein Facebook-Branding. Alles einfach nur Ray-Ban. Ja, dann schauen wir uns mal an, was es hier noch so gibt. Auch auf der anderen Seite kein Facebook-Branding, sondern nur Ray-Ban-Branding. Und ja, interessant. Sehr interessant. Auch sehr wichtig zu verstehen, dass es sich hier nicht um eine AR-Brille handelt. Das heißt, ihr seht nicht irgendwelche virtuellen Bilder hier. Es geht hier nur darum, Dinge aufzunehmen und über Lautsprecher, denn Lautsprecher hat sie auch, Dinge zu hören und nämlich genau die Dinge, die gerade auf eurem Handy ablaufen. Zum Beispiel Gespräche. So, hier. Das ist der Button, das ist der Auslöseknopf, um Fotos und Videos zu machen. Hier sind die Lautsprecher eingebaut. Und hier ist der Ein- und Ausschalter. Das heißt, einfach so anmachen. Und genau da könnt ihr die Brille auch wieder ausmachen. Also die Verbindung zu eurem Handy abbrechen. Dann auch noch wirklich interessant, an der Seite der Bügel ist berührungsempfindlich. Wenn man da drüber wischt, kann man die Lautstärke einstellen. Genau in dieser Bügel hier. Einfach drüber wischen und dann kann man laut und leise stellen oder mit Double-Tap Gespräche annehmen. Und hier gibt es noch eine LED und die zeigt an, ob man mit dem Handy verbunden ist oder ob man nach einer Bluetooth-Verbindung sucht und so weiter und so fort. Um die Brille zu benutzen, muss man zwingend die Facebook View App benutzen. Und ihr habt es euch schon fast gedacht, ihr müsst euch mit eurem Facebook-Account einloggen. Sonst geht das Ganze nicht. Und ja, also Facebook bleibt dabei. Sie zwingen euch den Facebook-Account auf für ihre Hardware. Das finde ich persönlich nicht so wirklich toll. Aber gut, das wisst ihr schon. Welche Daten ihr da wirklich mit Facebook teilt, das könnt ihr zum Glück auswählen. Und das ist ja immerhin schon mal nicht schlecht. Die Facebook View App gibt es nicht in Deutschland, aber wenn ihr ein Android-Handy habt, könnt ihr euch trotzdem das APK runterladen. Für iOS-Benutzer sieht das Ganze schon etwas schwieriger aus. Und jetzt werde ich die Brille mal testen. Das sind sie also, die Ray-Ban-Stories. Und ich kann euch sagen, als Hardware-begeisterter Technik-Fan ist das schon ziemlich faszinierend. Denn von außen sieht man absolut nicht, dass da so viel Technik drin steckt. Also vom Gewicht her ist das ganz normal wie eine normale Ray-Ban. Und ich trage auch in meinem Alltag genau diese Brillen, also Ray-Ban Wayfarer, ohne die Kameras. Aber das ist schon echt davon nicht zu unterscheiden. Das Tragegefühl alles genau gleich, aber eben voll mit Technik. Hier mit den Kameras, hier ist ein Button drin, dann hier eben Lautsprecher und die Brille ist jetzt mit meinem Handy verbunden. Das heißt, wenn auf meinem Handy irgendwas abläuft, von wegen zum Beispiel ein Video oder wenn ich einen Anruf habe, dann läuft das jetzt alles über diese Brille und der Ton ist auch schön laut und klar. Kann ich definitiv besser das hören, was auf meinem Handy gerade läuft. Also zum Beispiel, wenn ich im Bus bin und ich schaue mir ein Video an. Das geht absolut gut. Und ich kann auch die Lautsprecher hier ändern, indem ich hier solche Gesten mache. Das ist auch alles hier in der Brille eingebaut. Also einfach nur der Wahnsinn, wenn man das Ganze einfach nur von der Technik her sieht. Dann natürlich hier der Button, um Videos zu machen oder Bilder. Und zwar, wenn man hier kurz drauf drückt, dann wird ein Video geschossen, 30 Sekunden lang. Und wenn man das Video vorher abrechnen möchte, kann man nochmal drücken, dann wird es eben nicht die ganzen 30 Sekunden aufgenommen. Oder wenn man ein Foto machen möchte, dann drückt man lange drauf. Und daran merkt man schon, dass Facebook hier definitiv mehr Wert auf Videos legt. Denn einmal nur kurz drauf drücken und schon macht man ein Video. Was ich persönlich jetzt nicht so wirklich toll finde und das ist absolut wichtig zu erwähnen, ist, dass die Außenwelt davon nicht wirklich viel mitbekommt, wenn man ein Video macht. Denn wenn man ein Video macht, dann geht zwar eine LED an, die ist aber weiß, also nicht rot. Und die blinkt auch nicht. Und ich zeige euch das jetzt mal. So, jetzt geht sie an. Okay, ihr seht das jetzt, weil ich darauf euch hingewiesen habe. Aber es könnte auch eine Reflektion sein. Jetzt seht ihr zum Beispiel die Reflektion hier vom Licht und dann sieht man schon nicht mehr so. Und draußen, wenn man draußen unterwegs ist, dann fällt das absolut null auf. Und das ist meiner Meinung nach ein wirklich großes Problem. Die Bilder und Videos werden direkt mit eurem Handy synchronisiert. Es gibt da die Facebook View App. Ist in Deutschland nicht erhältlich auf Android und iOS. Wenn man ein Android-Telefon hat, wie ich zum Beispiel, ist es aber kein Problem. Dann geht man zum Beispiel zu apkmirror.com und kann Facebook View trotzdem runterladen und es funktioniert auch ohne Probleme. Wenn man ein iPhone hat, dann geht das nicht so einfach und man wird das nicht benutzen können. Beziehungsweise nicht ohne etwas kompliziertere Tricks. Naja, auf jeden Fall, die App selber ist wirklich sehr einfach und intuitiv aufgebaut. Also die Videos und Clips, die werden synchronisiert. Man kann sie sich dann hier anschauen. Man kann Favoriten auswählen und man kann die Clips dann direkt in die Galerie speichern oder eben teilen. Zum Beispiel als Messenger-Nachricht oder direkt zu Instagram, zu TikTok oder welche sozialen Medien ihr auch benutzt. Das geht wirklich ohne Probleme und wie gesagt, funktioniert sehr gut. Und ich habe mal draußen vom MRTV-Hopfertier gerade ein paar Videos gemacht und ich möchte euch diese jetzt mal zeigen, damit ihr seht, wie die Qualität ist und wie auch die Audioqualität ist. Also hier geht es mal los. Und hier sind wir. Das ist das Gebäude, in dem mein Büro ist, das MRTV-Hopquartier. Und hier ist so die Hauptfressmeile von Dortmund, die Brückstraße. Und da gehe ich immer nach meinem Live-Shows hin. Und es gibt lecker was zu essen. Zum Beispiel einen Döner. Ja, und hiermit teste ich jetzt auch die Audioqualität der Ray-Ban Stories. Wie hört sich das an? Das war's. ja wie ihr gesehen habt ist die qualität gar nicht mal so schlecht also ist es nicht perfekt natürlich mit jeder anderen kamera kann man bessere aufnahmen machen aber es ist schon gut genug um so eine aufnahme zu teilen auf den sozialen medien oder mal als nachricht zu teilen und auch vom audio her ist das vollkommen in ordnung kann man definitiv alles aufnehmen und auch wenn man zum beispiel mit der kamera ein telefonat führt geht das auch wirklich gut und das ist wirklich muss ich sagen praktisch nur was eben meiner meinung nach das große problem ist das ist einfach der fakt dass man damit aufnahmen machen kann ohne dass die umwelt groß was davon mitbekommt und das finde ich wirklich absolut problematisch ich frage mich wirklich warum hat facebook da nicht jedenfalls diese led blinken lassen natürlich wäre es noch besser wenn es eine rote led gewesen wäre die blinkt aber nein es ist eine weiße die einfach nur angeht und wie ihr gerade gesehen habt und wie ich auch im praktischen test herausgefunden habe das merkt keiner keiner und gerade auch weil natürlich dieses modell die wavefarer von rayban eine so normale sonnenbrille ist und die auch wirklich genauso aussieht da merkt das absolut keiner und ich finde es absolut problematisch dass die brille so verkauft wird natürlich natürlich ist das von facebook so gewollt das ist eine entscheidung von denen gewesen die sie getroffen haben dass es nicht blinkt damit einfach ja die leute damit ihre videos heimlich aufnehmen können denn das ist einfach nur der einzige grund den ich da sehe denn wenn es um die privatsphäre von anderen leuten gewesen wäre dann würde das auf jeden fall blinken was ich mich auch wirklich frage ist warum rayban da mitmacht warum sie da mit facebook gemeinsame sachen machen denn ich kann mir wirklich vorstellen dass dieses produkt den ruf von rayban schädigen wird wenn leute mit der brille rausgehen und damit videos machen am strand und so weiter ihr könnt euch das vorstellen was man alles machen kann und dann rauskommt dass diese brille dazu benutzt wurde ich kann mir wirklich vorstellen dass das schlecht ist für raybans ruf und gerade für ihr wichtigstes produkt die rayban wavefarer also ihr wisst was damals bei google passiert ist bei den google glass wo leute mit google glass rausgegangen sind und auch dinge abfotografiert und abgefilmt haben und dann wurden sie als glassholes beschimpft und ich kann mir sehr gut vorstellen dass das auch hier passieren könnte wenn die leute es merken dass sie aufgenommen wurden und dass aufnahmen mit genau dieser brille hier ja entstanden sind naja jetzt bin ich echt mal gespannt was ihr davon haltet seid ihr der meinung hey das ist in ordnung es ist wirklich eine praktische brille und es ist tatsächlich eine praktische brille ja oder seid ihr der meinung hey das ist aber wirklich nicht so in ordnung dass man so heimlich aufnahmen machen kann und es sollte mindestens blinken ja da bin ich echt mal gespannt was ihr dazu sagt und ich würde gerne eine diskussion hier anstoßen was haltet ihr von den von den rayban stories sollten die hier in deutschland verkauft werden und wenn wäre das ein hit oder meint ihr das würde sich niemals hier verkaufen einfach weil es so viel protest geben würde schreibt es mir mal unten in den kommentarbereich ich bin sehr gespannt was ihr davon haltet und das war's für dieses video ich hoffe es euch gefallen und wenn ihr diesen kanal noch nicht abonniert haben sollte dann tut das denn hier gibt es immer das allerneueste zu vr und ar und zwar unabhängig und das ist mir natürlich immer noch sehr wichtig also auch die glocke ordentlich mal andrücken damit ihr keins meiner videos verpasst und ich freue mich drauf euch im nächsten video wiederzusehen bis dahin macht's gut ciao bis dahin macht's gut